Hallo und herzlich willkommen zur Aktion. Er ist nun der E-Wolf mit dem Grants. Moin Leute. Ich bin wieder Hank. Und Craps ist Markov. Markov. Die Spitzenjäger sind... Ach nee. Doch, ich bin Markov, genau. Die Spitzenjäger sind wieder am Start. Ja, und es ist wieder ein Geist. Bin gespannt, wie der spielt. Das ist ein anderer auf jeden Fall. Ja, es ist schade, dass so viele Leute halt Geist spielen, weil momentan der Geist, er ist jetzt halt so von der Stärke her nicht OP, aber er kann immer abhauen eigentlich so. Dreimal Teleport, dann bist du weg. Ja, es sei denn, man netzt ihn halt so fest. Ja, genau. Ah, der eben war halt echt aggro. Oh, die Leute reden gar nicht. Betretenes Schweigen so vor der Schlacht. Füße auf den Boden, Finger am Abzug. Ja, ich wollte es nochmal sagen. Ach so, Markov. Mal kaufen immer mit Kopfler unten. Naja, genau. Also ich weiß nicht, ey, wenn du mit Hank spielst, ist es so geil wegen einem Schild einfach. Ja, das stimmt. Das Schild ist schon... Und dann eher als Strike. Ja, gut, wenn der sitzt. Oh, da unten ist auch geradeaus. Der war doch wirklich hier hintergrad, ne? Ja, richtig. Da, habe ich markiert. Jetzt, wenn wir jetzt Kairai hätten. Ja. Er würde nicht mehr wegkommen. Haha, den kannst du nicht mehr fressen, Freundchen. Da unten geht er. Warte mal, ich versuche ihn mal abzudingenzen. Das ist wie es da drüben. Wo sind jetzt deine Tricks, Geist? Feuer auf das Ziel. Boah, wo will der hin? Er hat sein Doppelgänger beschworen. Er hat sein Doppelgänger. Ich sehe ihn, er ist hinterm Haus. Er ist hier hinterm Haus. Komm, hier markiert. Oh, sauber, Griffen hat ihn wieder runtergezogen. Oh, der frisst schon richtig am Anfang, ey. Die ganze schöne Rüstung ist weg. Ja, Doppelgänger, schade. Oh, Mist, ich wurde richtig nach hinten weggekloppt. Ja, jetzt ist der Kairai halt ultra von Vorteil, ne? Der wird nicht mehr wegkommen. Da hinten ist er, ich sehe ihn noch. Wo? Da, ich habe ihn markiert. Es sah eben so lustig aus. Irgendwie kamst du so von oben, glaube ich. Und es sah ihm so aus, als ob er einfach so vom Blitz getroffen wird. Ah, hier ist er. Oh, nein. Oh, Gott. Wo ist er hin, der Bänger? Ah, weit kann er noch nicht sein. Ne, da. Links? Ne, das ist links. Doppelgänger. Ist er links oder rechts gegangen? Ne, der Doppelgänger kam irgendwie von rechts. Hier, wo auch die Spuren sind. Da, er hat Vögel aufgeschreckt. Der kommt hier durch. Hinten ist er, ja. Ah, fuck ey. Genau in die falsche Richtung gegangen. Seht ihr ihn noch? Achtet auf die Schwachstellen! Wo denn? Kreatur ist markiert. Ah, da unten stimmt. Er ist genau unter der Semi-Homan-Dingens da. Laserschneider-Bärer. Da, wo mein Airstrike runtergeht. Da ist er. Das ist ein Doppelgänger. Hier ist der echte bei mir. Wie konnte der mich noch schnappen? Pass auf, hinter dir, Tyrannen. Oh Gott, ey, das war knapp. Das war ein Schaden, der bekommt durch das Blitzding, ey. Ah, er hat mich wieder geschnappt. Oh, Schild weg. Oh nein, der 2-1 hat mich. Aber er hat dich befreit. Geist hat echt nicht mehr viel. Oh, still, ich bin gleich down. Oh Gott, ich werde erst mal... Ja, ich bin down. Ich liege genau in der Ecke, das ist so mies. Aber jetzt könnt ihr ihn richtig... Hau ein paar Min dahin. Der muss ja irgendwann da rauskommen. Er ist sofort down. Den kriegt ihr jetzt, oder? Oh nein, jetzt ist die Arena weg. Ah, wir haben ja eh Lazarus. Wir haben ja eh Lazarus, stimmt. Nein, ich bin down. Ja, aber... Hä? Er ist ja total der dämliche Typ, weil... Wir killen ihn doch dann jetzt. Ja, er bleibt schon stehen. Er hat es eingesehen. Er hat verloren. Er ist ein Doppelgänger. Ne, wo ist er denn? Da, diese Richtung. Links? Ja, hier, da, wo ich jetzt pingel. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, das ist ein Spur. Das Kanubscheld ist aufgeladen. Aber vielleicht warten wir auf den Not. Ja, da hinten. Vögel. Ist er im Kreis, oder was? Ja, er ist hier... Bei mir ist er langgegangen. Ein Sensor weniger. Ich habe ihn doch gehört, but... Er muss hier bei mir sein. Ich höre die ganze Zeit, wie er sich teleportet. Hier ist er. Haha, er wurde gerade vom Monster geharrt. Er ist rechts gerannt, meine ich. Also er hat inzwischen wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Rüstung, aber... Ich denke auch, ah, komm! Nein, da, oh Gott, hat er fast in die Pflanze gelaufen. Ah, war ne, eh, alle bei dir. Ist er jetzt hier schon wieder zurückgerannt, äh... Da unten. Sammy Hoeslapper hat ihn gesehen. So ein Ding würde sich gut in meiner Sandlung machen. Der ist noch nicht die Wolf, ne? Nein. So, ich habe dich gekallt. Wir müssen dich zum Wohle aller opfern. Erhöht verursachten Schaden um 35 Prozent. So, jetzt queasy, aber ey. Ich hole mal auf Verdacht da hinten so ein Ding rein. Schade. Wer ist tot? Ich bin so aktiv. Er ist die Wolf irgendwo. Plus wo? Jetzt ist es ausgeglichenen. Das ist gut. Ah, das Kallungsfeld ist bereit. Sammy Hoeslapper. Ich hole ihn, ich hole ihn. Hier ist er, da ist er, die Wolf. Vielleicht ist er unten rein. Hier ist er. Hier ist er. Bei mir. Wo, wo lang? Ich weiß nicht, ob er jetzt da rein ist oder ob das der Doppelgänger war. Ne, ne, hier sind die Fußspuren. Er muss da reingegangen sein. Doppelgänger macht keine Fußspuren. Sensor im Einsatz. Geht mal nach links, weil wenn er jetzt hier nicht. Ja, ich laufe immer direkt die Fußspur nach und ihr versucht nur den Weg abzuschneiden. Also viel Platz hat er da nicht, wo er sich verstecken kann. Oh fuck, Sammy Hoeslapper. Du bist schnell, aber mein Laser ist schneller. Oh, hier ist er. Doppelgänger hat die Fußspuren hier oben versteckt. Da hinten. Da hinten, ja. Haben wir den Radartyp mit? Wir haben Gryphon, ja. Das hat er hier aber echt scheiße gesetzt bisher. Das erste Mal, glaube ich, dass jemand im Radar ist, ne? Ich hab das Ding markiert. Ach man, ey. Die Arena kommt. Alter das Ding still. Echt? Ist er drin? Folgt dem Signal. Nein, er ist nicht drin. Peace out side. Thanks. Er frisst hier. Er frisst hier. Keilung ist jetzt möglich. Das gibt's doch nicht, ey. Wir haben aber einfach so schön angegriffen. Ich weiß nicht, kann sein. Viel wichtiger ist, dass da seit zwei Jahren Funkstille herrscht. Kein einziges Signal, nichts. Hab ich gehört. Alter, wo zum Henker ist denn? Ja, ich hab ne Menge verrückte Geschichten gehört. Und genau das ist der Punkt. Niemand weiß es, weil niemand überlebt hat. Da vorne wird mir ein Punkt angezeigt, immer noch. Da hinten ist er doch. Da, ein Punkt. Da hinten. Der frisst da auf jeden Fall. Keine Ahnung, Mann. Sag mal du's mir. Ich bin jetzt gerade mal unsichtbar gegangen, weil ich in der Hoffnung war, dass ich den Airstrike platzieren kann. Um zu kämpfen und zu sterben. Schade. Habt ihr ihn? Die anderen, ja. Da hinten ist er. Da wär ich tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen, so. Jetzt ist er aber drin, oder? Ja. Scheiße, guck mal. Der hat sogar wieder echt HP, ey. Der hat bestimmt diese scheiß HP-Ringer dazu genommen. Als... Als... Der muss ja unten drin sein. Ah, toll. Der war nicht drin, ne? Ne, scheinbar nicht. Schön, dass der auch jetzt erst das Ding wieder zu macht. Äh, weg macht. Ah, hier sind die Spuren. Oh, ist das kacke. Wir hatten den so geil schon runtergehauen. Oh, das ist ätzend. Ganze Arbeit. Ich glaube, es hat euch jetzt hier wegrennt. Aber immerhin, es hat noch keiner einen Strike von uns, also. Da ist er. Kannst du markieren, damit. Die dicke Wummel lädt noch. Ja, ich meine, wenn man so mit so random spielt, kannst du dich halt nicht aufteilen, weil wenn du mit vier Leuten spielst, kannst du ja 2-2 machen. Ja, wir haben ein Signal. Du bist schlau, Geist, aber ich habe den Tod selbst besiegt. So, dann wollen wir mal gucken, ob er reinrennt. Oh ja, er rennt rein. Endlich mal ein geiler Air-Strike gewesen. Hey, du frisst nicht, Freundchen. Ja, er hat mich gezogen. Wow, Alter. Voll die geile Idee. Kommt sehr schön in die. Ich wäre nicht so schnell zu dir hergekommen. Kommt schön in den Nahkommst. Ich bin unsichtbar erst mal. Musste sein, leider. Hey, nicht auf unseren Lazarus. Ja, jetzt hast du ihn, glaube ich, Krabs. Ich habe dich geschildet, oder hast du selbst an? Ich habe selbst an. Okay. Ich habe an. Ich habe... Oh, Krabs hat an, Leute. Ey, hier wird der Medic. Der Airstrike-Wert nicht. Komm schon, hau rauf, Krabs. Du kriegst ihn. Ich liege, shit. Egal, wer der Lazarus ist. Jo. Nice one. Ei, 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 ei. Boah, da muss man den nur noch einmal füllen. Aber richtig schön, wie er auch in den Airstrike rein ist, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der könnte sogar zählen, weil ich muss einen Airstrike auf 50 Meter Entfernung machen, damit ich Punkte kriege noch dafür. Oh, nice. Oh, level up. Ja, ich auch. Stufe 29. Hier gab es eine Tüte, 10 Tiere. Ja, das will ich nicht sehen. Ich muss andere sehen. Ich will nur den Schaden sehen. Rette ich. Oh, was habe ich hier bekommen? Rette einen gefangenen Jäger. Viermal. Okay. Niemanden geschildet. Ja, da, der zählt. Sauber. Leistung, alles weit über den Durchschnitt. Ja, obwohl, warte, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ja, doch, doch, doch. Das läuft, ey. Normal war bei mir 1200 Schaden im Blitzgewehr. Ich habe einfach nur 8200. Ja, krasser Round. Ja, auf jeden Fall. Wir sind am Ende. Schaut bei den Grants vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.